Willkommen hier zu einem kleinen Info-Video zu den nächsten Wochen zu FIFA und auch allgemein zur Zukunft dieses Kanals. Und zwar wollte ich sagen, ich werde in den nächsten Wochen eine Pause mit FIFA machen. Also das heißt, ich werde so mal so zwei, drei Wochen kein FIFA spielen. Und das heißt logischerweise auch, dass in diesen zwei, drei Wochen keine Folge von der Karriere in der dritten Liga kommen wird. Und ich habe einfach gemerkt, nicht nur in der Karriere, sondern allgemein, wenn ich FIFA spiele, auch in der YouTube-Bundesliga, falls ihr sie verfolgt, also Link, ich werde nochmal in die Beschreibung packen. Ich spiele da mit Hoffenheim und ich habe, ich weiß nicht, es läuft halt gerade einfach nicht. Vielleicht steige ich mich auch da nur rein oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann ich mich gerade nicht konzentrieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mal eine FIFA-Pause machen, weil ich jetzt fast immer jeden Tag FIFA gespielt habe. Und es muss einfach mal so ein paar Wochen geben, wo man dann vielleicht mal nicht spielt, wo man dann wieder ein bisschen runterkommen kann. Und ja, was soll ich sagen, den Kopf ein bisschen freikriegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich, wie gesagt, in den nächsten Wochen kein FIFA spielen, daher auch kein FIFA hochladen. Und allgemein zur Zukunft hier von diesem Kanal, dieser Kanal ist kein reiner FIFA-Kanal und wird auch kein reiner FIFA-Kanal sein. Und da wollte ich euch fragen, auch zur Zukunft, schreibt mir mal vielleicht Vorschläge für Spiele in die Kommentare, auch für Arten von Spielen, die ich in Zukunft mal spielen kann oder die ihr sehen wollt. Und da könnt ihr mir wirklich alles vorschlagen, außer z.B. Ultimate Team in FIFA nichts, was mit FIFA zu tun hat. Und am besten auch keine anderen Sportspiele wie Madden NFL oder was weiß ich, was es da so weiter gibt. Also einfach mal was in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet es verstehen, dass ich jetzt eine Pause mit FIFA machen werde. Ich denke, es werden vielleicht auch ein, zwei Leute meinen Kanal deabonnieren, weil ich jetzt keine FIFA-Videos mehr hochlade. Aber ich bin ehrlich, das ist mir eigentlich scheißegal, sollst du mich deabonnieren? Die, die wirklich meine Videos schauen, die Spaß daran haben, werden bleiben und auch andere Videos mal anschauen. Und halt dann warten, bis es wieder kommt. Und ja, wie gesagt, ich werde eine Pause mit FIFA machen, weil, habe ich ja vorhin schon gesagt, außer dann habe ich auch gemerkt, dass ich mich in letzter Zeit einfach immer mehr über FIFA aufrege. Ich habe mich schon immer über FIFA aufgeregt, aber in letzter Zeit ist es einfach extrem für die gleichen Sachen, die mir früher eigentlich am Arsch vorbeigegangen sind, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und deswegen werde ich eine Pause machen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen und ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute. Und ich würde gerne. Untertitelung des ZDF, 2020